Willkommen zu meinem Review-Video über den MSI Pro MP271 APDE 69 cm 27 Zoll Office LED Monitor. In diesem Video werde ich Ihnen eine umfassende Analyse der Merkmale und Funktionalitäten dieses Monitors geben, Vergleiche mit ähnlichen Produkten ziehen und Ihnen einige Testimonials von zufriedenen Nutzern präsentieren. Am Ende werde ich meine Meinung über das Produkt zusammenfassen und erklären, wie Sie davon profitieren würden, es zu erwerben. Lassen Sie uns direkt mit den Merkmalen beginnen. Der MSI Pro MP271 APDE ist ein 27 Zoll Monitor, der perfekt für den Arbeitsplatz zum Programmieren, Coden und Gestalten von Webseiten geeignet ist. Mit seiner Full-HD-Auflösung und einem IPS-Panel liefert er eine gestochen scharfe Bildqualität. Ein weiteres wichtiges Merkmal dieses Monitors ist seine TÜV-geprüfte Bildschirmtechnologie, die Ihre Augen schützt und die Sehschärfe erhält. Die Anti-Flicker-Technologie verhindert Überanstrengung und Ermüdung der Augen, während die Less Blue Light Pro-Technologie Ihre Augen schützt und gleichzeitig lebendige Farben und Details liefert. Der MSI Pro MP271 APDE verfügt auch über einen ergonomischen Standfuß mit Neige-, Dreh-, Höhen- und Schwenkfunktionen, so dass Sie den Monitor nach Ihren Bedürfnissen anpassen können. Nun kommen wir zu den Bewertungen. Ein zufriedener Kunde mit dem Namen M.W. hat das Produkt mit 5 von 5 Sternen bewertet. Er lobt das Preis-Leistungsangebot und erwähnt, dass er den Monitor während der Prime Days gekauft hat. Er ist besonders beeindruckt von der Auflösung des 27 Zoll Monitors und der fast rahmenlosen Darstellung. Insgesamt hat der MSI Pro MP271 APDE eine durchschnittliche Bewertung von 4,6 von 5 Sternen basierend auf 650-Sterne-Bewertungen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der MSI Pro MP271 APDE ein hochwertiger und funktionsreicher Monitor ist, der sich ideal für den Einsatz im Büro oder Homeoffice eignet. Mit seiner gestochen scharfen Bildqualität, dem Augenschutz und den vielseitigen Einstellungsmöglichkeiten bietet er ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis. Wenn Sie auf den Link in der Videobeschreibung klicken, gelangen Sie zur Amazon-Seite, wo Sie den MSI Pro MP271 APDE erwerben können. Ich bin überzeugt, dass Sie mit diesem Monitor Ihre Arbeit effizienter erledigen und ein besseres Seherlebnis genießen werden. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.